Teens, erschöpfte Mütter, freudelnde Teens, gelangweilte Mütter. Es ist das erste Mal, dass ich sowas erlebe und ich hoffe auch das letzte Mal. Ausnahmezustand in Köln. Grund sind diese fünf Jungs. Die britische-irische Boybook One Direction. Als Drittplatzierte aus einer Castingshow hervorgegangen, schaffte es die Briten Boybook mit ihrem Debütalbum nicht nur in ihrem Heimatland auf Platz 1 der Charts, sondern eroberte auch Amerika im Sturm. Jetzt soll es für One Direction auch in Deutschland nur in eine Richtung weitergehen, und zwar steil nach oben. Einen Tag lang war die Casting-Kombo deshalb zu Gast in Köln. Als erstes stehen Interviews im siebten Stock eines Hotels auf dem Programm. Wir schicken Antoni und Hanna ins Rennen. Zwei waschechte Fans der Jungs, die es kaum erwarten können. Das ist so, man trifft die zum ersten Mal und hat die vorher immer im Fernsehnutzer gesehen. Naja, schon nett. Dann ist es soweit. Die Tür geht auf und fünf gut gelaunte Jungs betreten den Raum. Professionelle Begrüßung, Platz nehmen und dann können Antoni und Hanna das, wovon andere Mädchen nur träumen dürfen. Die Jungs hautnah interviewen. Dabei liegt ihnen eine Sache besonders am Herzen. Viele Fans weinen, wenn sie euch treffen. Wie reagiert ihr darauf? Ich denke, es ist niemals schön, jemanden weinen zu sehen. Die Fans sind einfach mit Leib und Seele dabei. Warten stundenlang der Schlange. Ja, ich denke, das Ganze baut sich einfach so auf. Plant ihr eine Tour in Deutschland? Ja, aber ich kann dir das Datum nicht genau sagen. Irgendwann nächstes Jahr. Nächstes Frühjahr werden wir hier sein. Nach ein paar Fragen ist es für Antoni und Hanna auch schon vorbei. Der nächste Journalist wartet und wir müssen raus. Währenddessen ist am Kölner Mediapark schon die Hölle los. Verbreitet hat sich der Termin durch Facebook. 9,5 Millionen Fans hat die Beugel. Tausende von ihnen warten jetzt gespannt auf die Ankunft ihrer Idone. Für die Polizei ein unerwarteter Einsatz. Eigentlich waren wir heute hier bei dieser Veranstaltung gar nicht im Einsatz, weil es eine private Veranstaltung ist. Wir sind erst nachher dazu gerufen worden, als die Anzahl der Personen doch deutlich größer war als erwartet. Und inzwischen sind wir mit knapp 100 Beamten hier im Einsatz. Dann tauchen One Direction mit 40 Minuten Verspätung endlich auf, wenn auch nur hinter einer Sichtschutzwand. Hier findet das Meet & Greet statt. Das heißt 12 ausgewählte Mädels, knapp 10 Minuten Zeit. Hände schütteln, Fotos machen und professionelle Umarmungen im Sekundentakt. Auch wenn es nur kurz und oberflächlich ist, Anthony und Hannah sind begeistert. Das ist geil, wenn wir jetzt noch mal Fotos mit denen gemacht haben, was wir vorhin total vergessen hatten. Und jetzt war man noch ein bisschen ruhiger, weil man die schon mal gesehen hatte. Und das war einfach nur richtig cool. Jetzt war denen so, ich meinte so, ah Jürgen. Und wir so, hey, ihr kannt uns schon, das war nicht so cool. Und ich hab nur Umarmung von Louis bekommen. Also, ja, also, ja. Dann ist der Moment gekommen, auf dem knapp 5000 Teenies den ganzen Tag gewartet haben. One Direction betreten die Lüge. Nach einem Pressefoto bekommen die Fans jetzt endlich ihr heißersehntes Autogramm. Aber nicht alle, mehr als drei Viertel von ihnen wird leer ausgehen. Umso glücklicher sind die, die es geschafft haben. Das Beste, der Gäste immer lebt. Das ist gut. Statt von 5, willkommen, von Harry, Louis und Harry. L. Zane war es noch. Und es war echt geil. Seit wann wart ihr heute hier? Seit halb sechs, seit um fünf. Maßlose Enttäuschung hingegen bei denen, die leer ausgehen. Große Emotionen. An einem scheinbar ganz normalen Samstag. Sieht so aus, als hätte das Phänomen Boydruck nichts an Faszination verloren. Frau ecstisch, wie sich das mit der Tür powleren 정 reserve verriebschen. Dass Curs bilden die Deutschen, ihr Pardon-tać. полie прибylенить einenfachen Zhang. Hussein in so viel Infinix ist Liebe.